Aua! Oh ja, gut. Ich geh nach Hause. Ich habe keinen Grund mehr, hier zu leben. Und hier zu sein. Und mich von Skeleten abschießen zu lassen. Oder von irgendwelchen anderen Leuten. So. Na, 80 Meter. Super. Und dann bin ich zu Hause. Boah. Und ich muss wieder essen. Boah, das Essen ist wirklich... Sollte ich mich wahrscheinlich mal selber drum kümmern. Nicht nur dauernd auf den Feldern der anderen was holen gehen. So. Ich gebe ein... Äh, nein. Anders. So. Back. Okay. Okay, hier ging das nicht. Es ging irgendwo... Es ging irgendwo... Da. Backpack. Genau. Backpack, Backpack, Backpack. Blue Backpack. Achso. CK. Ah, Rechtschreibung. Ja, so eine Sache. All-Items. All-Items. Backpack. Leder brauche ich. Okay. And das... Backpack. Nein. Nein. Okay. Das ist aber etwas viel. Ich wollte nicht so viel ausgeben. Das ist Leder und Black Dye. Inksack. Leder und... Red Dye. Inksack. So. Was haben wir denn noch hier an Backpacks? Weißt du, das ist einfach nur dieses Lederzeug. Diggers, Miners... Aber ich brauche eigentlich einen für alle. Nur den gibt es nicht. Warte mal. Vielleicht... Canvas Pack. Äh. Es gab irgendwie so einen ganz bestimmten Backpack, der konnte fast alles mitnehmen. Jetpack. Nein. Okay, also ich muss keine Spinnen jagen, sondern Leder. Wie schön. Black Backpack. Leder. Habe ich vielleicht noch Leder? Irgendwo hier rumfliegen. Nein, natürlich nicht. Und ich habe auch keine Inksacks. Gut. Also diese Folge wird Adventure-Folge. Da haben wir zum Beispiel eine Kuh. Was geben Kühe? Ich glaube, sie geben Leder. Lass es uns herausfinden. Und sie geben Leder. Wie schön. Da laufe ich nicht weiter übers Wasser. Die Geschichte kenne ich schon. Das ist etwas... Oh mein Gott. Hier ist alles voll mit denen. Breitet sich das etwa aus oder so? Ich hoffe nicht. Das wäre nämlich richtig bescheuert. Richtig blöd. Oh, das Ding hat sogar zwei Leder gegeben. Ich bin dankbar dir. Etwas. Kuh. Da ist noch eine Kuh. Komm Kuh. Sei gnädig zu mir und beschere mir Leder. Du hast es nicht anders verdient. Du hast es nicht anders gewollt. Da sind noch zwei Kühe. Super. Und? Die hat mir noch nicht mal Leder gegeben. Ist hier noch besser. Ach, der hat mir zwei Leder gegeben. Och ja. So ein paar Kühe zu schlachten. Befriedigt doch nur den Frust, den man vorher hatte. Das ist Oil, hoffe ich. Nicht, dass ich da gleich drinnen baden gehe und da trinke. Naja, man kann davon auch vergiftet werden. Moos. Okay. Kühe. Das ist doch auch wieder geil gemacht. Oder wahrscheinlich gerade per Zufallsgenerator generiert worden. Oh. Frame-Einbrüche ohne Ende. Das sieht gerade gar nicht gut aus. Ups. Hat sich gerade den Enderman durch die Gegend teleportiert. Was ist denn hier hinten? Hier sind keine Kühe. Schade. Oh. Cool. Ich mach mich wieder auf den Weg nach Hause. Oh. So. Und wo ist... Da ist Haus. Da ist Haus. Haus wichtig. Für Typ wie mich. Und hier ist wahrscheinlich auch keine Kuh mehr, weil ich gerade eben hier schon war. Hm. Boah. Wurberwut. Dringend benötigt. Abbauen. Und gucken, ob der irgendwelche Zepplings fallen lässt. Nein. Schade. Lässt der irgendwelche Zepplings fallen? Ja. Ja. Danke. Und der auch. Gut. Und der... Auch, oder? Ja, da oben. Perfekt. So. Aber wir wollten ja eigentlich nach Kühen suchen. Kann man ja mal eigentlich mal in der Eiswelt gucken. Denn in der Wüste gibt's Kühe bestimmt nicht. Würde ich mal so behaupten. Eigentlich in der Eiswelt auch nicht. Was machen die ganzen Schafe hier? Ist noch ein Schaf. Und es wird wieder Nacht. Ja, dann geh ich mal erstmal kurz meine Sachen sichern und ins Bett. Denn wir wissen ja, ein gesunder Schlaf gibt auch einen gesunden Menschen. Vorher noch ein bisschen kosmetische Schönheitspflege für ein hässliches Haus. So. Wir schlafen mal wieder. Alles ist friedlich. Die Welt ist in Ordnung. Und dann wachen wir auf. Wir gucken raus und sehen eine Wand. Weil die Welt sich verändert hat. Dann laufen wir gemütlich. Wir fressen unsere Kartoffeln. Gehen irgendwo hin, weil wir Kühe suchen und sie nicht finden. Ach, das war die Chess ganz am Anfang. Ja, ich bin relativ nah an meinem Spawn... Spawnpoint geblieben. ist auch irgendwie eine geile Map hier in der Nähe. Aber ich möchte jetzt endlich mal mein Zeug haben. Es wäre sich grisselig. da hinten ist eine... Uh... Oh... Fein. Hier ist wieder das Hardnet Eis. Das ist schon mal schön. Es hat also nicht alles den Geist aufgegeben. Oh mein Gott. Hier sind Schweine. Komm, Schweinefleisch. Oh, hier ist eine Landschaft. Wie schön. Sieht auch richtig schön aus, muss ich sagen. Okay. Mit Sumpfwasser.